Hey Leute, kleine Planendung. Mir ist aufgefallen, dass sich die Hülle nach 6 Stunden Vorspulen nicht verändert im Emulator. Was ziemlich bescheuert ist, ROM-mäßig. Ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist in der Küstenhülle überall Wasser, man kann die Küstenschalen einsammeln. Man muss überall bei jeder Kleinigkeit surfen. Ihr könnt es ja von einem anderen Let's Player anschauen, also bei mir ist es hier nicht aufzufinden, aufgrund dieses Emulators. Schönen Dank auch! Ey, Quatsch, der Emulator ist an der ROM. Vielen Dank, du scheiß Rom! Egal, also kommen wir zurück, in diesem Part machen wir jetzt... Ah ja, jetzt gehen wir nach Floßbrunn, okay. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, genau, der ist hier immer noch black markiert. Ja, legen wir zurück, dann muss Bastille... Mensch, schade, dass das mit der Küstenhülle jetzt nicht komplett geklappt hat. Das ist einfach die Technik, ne? Die Technik heutzutage. Das kommt nach Floßbrunn, Geheimbasis und dann Milotik. Milotik könnte ewig lang dauern. Ich ziehe es aber durch. Bei Milotik ist so geil, muss man sagen. Da will ich mir schon den Spaß gönnen. Ich wette, hier sind überall die Scheiben, die wir nicht eingesammelt haben. Okay. Diese verdammten Wasser-Pokémon. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, aber es tauchen immer nur das Dach aus und Wing-Ghults aus. Finde ich scheiße. Fick dich. Fick dich. So. Ach so, Route 130. S Business. Lampia-Pokémon. Lampia-Pokémon. Das findet man unter Wasser. Scheiße, Scheiße. Alter, das ist jetzt so eine Stunde her, seitdem ich das letzte Mal gesungen habe. glaube ich also trainer ok kann man jetzt fliehen er gehört aus was überlebt okay das hätte ich nicht gedacht gut 131 viele von euch wissen was da ist ja 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 da wird es gleich richtig stürmisch wenn ich da in die nähe hin surfe schalten wir die erstmal aus damit wir später da beim special ein stein los sind von also ein ein sorgen stein weg haben und so ein pixelrecht level 60 eine schande bei solch schwachen pokémon es ist aber gut mit dem pokémon ok und da ist noch einer machen wir den auch noch schnell kalt diese scheiß wasser ja verzögere ok die schaut mal nett aus die können und wir sind in floßbrunnen endlich ja mal ja seit wie viel stunden spielzeit sind wir in floßbrunnen angekommen ja das war alles gequatsche was ich da gemacht habe aber egal ja gehen wir ins pokémon ist ungefähr so aufgebaut wie baumhausen city aber ich frage mich was so kleine häuserchen auf so kleinen ja ich sag jetzt mal das ist ein riesiger hafen diese stadt mit solchen dingern da ja die menschen sagen sie hätten einen pokémon über höhen fliegen sehen fliegt jetzt ganze zeit über herum muss ist nicht nicht mal ausruhen war sowas woher kommst du ja ich komme erst ja nein ja nein weil es das ist doch es gibt doch keinen sinn woher kommst du ja nein ich komme aus nein genau nein das gibt doch gar keinen sinn du musst auch von irgendwie herkommen wartet willst du nicht willst es behaupten du wirst in tiefen des meeres geboren ja genau ja 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 statt davon habe ich noch nie gehört okay das ist wieder so ein geckchen wie das jeder trendsetter in faust hauhafen schau mal ist das nicht hübsch die häuser stehen auf dem wasser ich wurde hier geboren bist du ein angler das volk von florsbrunn fischt und taucht das gehört in ihrem leben wenn sie die simpsons folge mit dem der vielen die halloween folge an das endet mich gerade in der höhen region gibt es drei pokémon die die stärke von gestein eis und stahl repräsentieren man sagt sie verstecken sich in höhen vor den augen der menschen diese geschichte wurde von mir wurde mir als kind erzählt jaja was für drei pokémon das sind das erfahren wir später sechs punkte öffnen drei türen mein großfrau sagte das immer aber was also mein großer sagt ist immer aber ich habe keine ahnung was es bedeutet die musik ist konkret die musik ist voll konkret alter 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 ich bin der kleine bruder des vorsitzenden ich genieße hier die ferie mit meinem pokémon ja das tue ich ja dein pokémon es mag sich offensichtlich nicht doch sehr ja der liebe fall ist ein wunderbar pokémon ort es gibt meine stimme verdient eine tm wiese das ist rückkehrt die kriegt man wöchentlich glaube ich von ihm ok da wird der unterschied zwischen hass und liebe entdeckt mein chiller bell ist liebe ja mein chiller bellen der weiß meine chiller in mir zwischen florisbrunn und grafitport city befinden sich reißende strömungen wenn du dort zur vereinsatz kann es sein dass du fortgetrieben wirst ja das ist da hinten wenn man da weiter läuft läuft oder surft in dem fall jetzt dass ein pokédex hast du schon viele verschiedene pokémon getroffen ich wollte ich wäre wie du dann kauf dir die sapphire edition oder die ruby edition oder die smaragd edition oder die rote edition oder die gelbe oder die blaue edition oder die slip und die goldene edition oder die kristall edition oder was gibt es noch oder die feuer oder die blattgröde edition oder die perle edition oder die diamant edition oder die ja ist es gut hallo trainer würdest du pokémon mit getauschen da ich im flussbrunn lebe kann ich nur bestimmte pokémon fangen blue belle hast du das pokémon ich gebe dir mein chor sonder für blue belle habe ich nicht ne ich bin ein bisschen enttäuscht ja blue belle annäher mit dem blatt pokémon alle wasser pokémon von deiner stadt ausnocken ne ja fiese taktik ne okay was ist hier zwei alte männer ein senior und ein greis wundereiland die insel ist sichtbar oder nicht sichtbar das hängt vom wetter ab das vater morgan möglich macht oder nicht oder verschwindet die insel tatsächlich manchmal wundereiland davon habe ich schon was gehört ich glaube da kann man deoxys fangen in dieser edition ich weiß aber nicht wie das funktioniert ich werde aber versuchen und vielleicht mache ich vielleicht ein special daraus wenn ich herausgefunden habe ja ich meine mannen ich kann wundereiland heute nicht sehen ja das ist pech dann muss ich mich erst erkunden ich weiß so gut wie gar nichts über deoxys muss ich zugeben aber eins weiß ich und zwar dass dieser pass zu ende ist und wir uns im nächsten part sehen und zwar bei moment was machen wir als nächstes geheimbasis okay wir bauen uns eine geheimbasis im nächsten part bis gleich servus geheimbaus geheimbaus geheimbaus